Ich hatte schon bereits ein Video zum Thema Massenaussterben in der Erdgeschichte gemacht, welches einen kurzen Überblick über die fünf größten Massenaussterbeereignisse der Erdgeschichte gab. In diesem Video möchte ich auf das bekannteste Massenaussterben nochmals näher eingehen, das der Dinosaurier. Dieses Video basiert auf einem Artikel des Blogs Die Weißen Steine von Markus Peter Kretschmer, Autor des gleichnamigen Romans Die Weißen Steine. Dies ist eine Buchreihe, die dich mitnimmt auf eine Reise durch die Zeit in eine urzeitliche Wildnis und zu vielen Abenteuern. Kretschmers Blog mit vielen interessanten Infos zu Dinosauriern und zur Erdgeschichte sowie seine Bücher sind in der Videobeschreibung verlinkt. Es lohnt sich dort mal reinzuschauen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, dem Aussterben der Dinosaurier. So liest man oft folgende Aussage. Vor 65 Millionen Jahren starben alle Dinosaurier bei einem Massenaussterben aus, als ein riesiger Meteor auf die Erde einschlug, dabei den Golf von Mexiko erzeugte und die Eiszeit auslöste. Dieser Satz dürfte jeden Dinosaurier- und Wissenschaftsnerd so einige Stoßseufzer entlocken. Denn was für den Laien beim ersten Durchlesen eigentlich ganz richtig klingt, ist es eben nicht. Und wahrscheinlich kursieren über kaum ein erdgeschichtliches Ereignis so viele Halbwahrheiten und Falschinformationen wie über den Chick-Chulup-Impact am Übergang von der Kreidezeit zum Paleogen. Aber es fand weder vor 65 Millionen Jahren statt, noch tötete es alle Dinosaurier. Es war auch kein Meteor, den Golf von Mexiko gab es schon lange vorher und die Eiszeit erst viel, viel später. Es ist also wieder dringend Zeit für einen Beitrag, um diese ganzen Falschannahmen einmal richtig zu stellen. Schauen wir uns also einmal den aktuellen Stand der Wissenschaft an und was die Forscher über dieses Ereignis schon alles herausgefunden haben. Und das ist eine ganze Menge. Was ist eigentlich ein Massenaussterben? Ganz genau ist dieser Begriff nämlich gar nicht definiert. Er besagt nur, dass in einem geologisch recht kurzen Zeitraum eine deutliche Masse an Tier- oder auch Pflanzenspezies aus dem Fossilbericht verschwinden. Man kann also davon ausgehen, dass sie infolge einer drastischen Zäsur plötzlich und gemeinsam ausgestorben sind, was auf einen oder mehrere schlimme Umweltkatastrophen hindeutet. Im Laufe der Erdgeschichte gab es viele solcher Massenaussterbeereignisse. Einige davon waren so verheerend, dass 70% oder auch mehr der Arten, die zu diesem Zeitpunkt auf der Erde lebten, dabei verschwanden. Hier dient das Aussterbeereignis am Ende der Kreidezeit also vielen Forschern als Definitionspunkt. Es gab im Laufe der Geschichte des sichtbaren Lebens auf der Erde nämlich noch vier weitere ähnliche Ereignisse, die mindestens genauso schlimm oder sogar noch viel schlimmer waren. Diese Massenaussterbeereignisse haben wir ja in meinem älteren Beitrag kennengelernt. Ein häufiger Fehler ist hier aber das falsche Verstehen des Begriffs plötzlich. Jedes dieser Massenaussterbeereignisse hat sich nämlich nicht über Nacht oder auch nur in wenigen Jahren zugetragen. Fast alle erstreckten sich um wenigstens einige hunderttausend, wenn nicht sogar mehrere Millionen Jahre. Bei einigen, wie zum Beispiel im Perm oder Devon, dürften sogar mehrere voneinander unabhängige Ereignisse in ein Massenaussterben gemündet haben, oder, dass sie während der Erholungsphase von dem einen gleich das nächste ausgelöst haben. So kann man die Aussterbewellen zwar irgendwie schon zusammenfassen, aber eigentlich waren es oft sogar mehrere einzelne, die dann gesamt betrachtet in einem langen Zeitraum einen ungeheuren Rückgang der Arten bewirkt haben. Die Ursachen dieser Massenaussterben sind vielfältig und bei vielen Ereignissen auch noch längst nicht abschließend geklärt. Es stand auch nicht immer eine große, plötzliche Katastrophe am Anfang, die dann eine Kettenreaktion auslöste. Meistens waren es mehrere, sich gegenseitig verstärkende Faktoren, die das Klima, die Atmosphäre oder die Vegetation bzw. die Zusammensetzung des Planktons in den Ozeanen so rasch veränderten, dass sich auf die Schnelle viele Arten nicht an diese gewaltigen Umbrüche anpassen konnten und somit ausstarben. Die meisten Massenaussterben dürften also auf rein irdische Faktoren zurückzuführen sein, hier vor allem Vulkanismus und Plattentektonik. Die ständige Verschiebung der Kontinente führt immer wieder zu drastischen Veränderungen auf der ganzen Erde. Stoßen zwei Kontinentalplatten aneinander, schließen sich Meeresstraßen. Es kommt dadurch zu einer plötzlichen Störung der warmen und kalten Strömungen in den Ozeanen, also der Zentralheizung unseres Planeten. Auch die Auffaltung von Gebirgen kann Luftströmungen behindern, die Erosion wieder neue Stromrichtungen möglich machen. Vulkanische Aktivität ist außerdem der natürliche Hauptfaktor für den CO2-Gehalt in der Atmosphäre und schwankt dieser, so schwankt auch der Treibhauseffekt. In der Folge verschieben sich Klima- und Vegetationszonen, was natürlich erhebliche Auswirkungen auf alle in den betroffenen Regionen lebenden Organismen hat und sehr oft sogar global. Auch wenn sich in tektonischen Randzonen Gebirge auffalten oder wenn sie von der Erosion wieder abgetragen werden, verändern sich Klima, Vegetation und dadurch großflächig auch Lebensräume. Befindet sich eine große Landmasse über einem der beiden Achsenpole der Erde, entwickelt sich meist ein neues Eiszeitalter. Die zirkumpolare Meeresströmung, also rings um den Pol herum, sorgt dann für eine extreme Abkühlung. In Eiszeitaltern wechseln sich Kalt- und Warmzeiten in relativ rascher Folge ab, was Umweltveränderungen vorantreibt. Besonders das schnelle Ansteigen und Wiederabfallen des Meeresspiegels erhöht zusehends den Selektionsdruck auf die Tier- und Pflanzenwelt. Hierbei werden Riffe zerstört, Flachland wird überflutet und fällt dann wieder trocken, Wald- und Buschland wechseln sich ständig in den entsprechenden Regionen ab und ganze Klimazonen verändern ihre Lage. Und das führt dann nicht selten zu Massenaussterben. Punktuelle Ereignisse wie das plötzliche Ausbrechen eines Supervulkans oder auch kosmische Katastrophen wie ein Gammablitz oder auch der Einschlag eines riesigen Meteoriten sind dagegen extrem selten. Doch sie wirken umso verheerender. Denn sie setzen eine ganze Kettenreaktion weiterer verheerender Umweltkatastrophen in Gang, deren Folgen noch Jahrmillionen nach dem auslösenden Ereignis spürbar sind. Punktuelle Ereignisse führen dann sehr plötzlich zu einem drastischen Atemrückgang, der sich aber auch über einen sehr langen Zeitraum hinzieht. Auch wenn der Meteoriteneinschlag am Ende der Kreidezeit natürlich auch ein punktuelles Ereignis war und auch wenn sich die meisten der Katastrophen, die wir aus drastischen Darstellungen in vielen Dokumentationen und Spielfilmen kennen, schon an nur einem einzigen Tag bzw. in den darauffolgenden Tagen, Wochen und Monaten ereignen, so hat das darauf folgende Massensterben auch mehrere Jahrtausende gedauert. Noch Jahrhunderte nach dieser Katastrophe, als längst die Sonne wieder schien, die Ozeane wieder halbwegs sauber und sogar die Wälder einigermaßen nachgewachsen waren, haben Dinosaurier noch immer auf der Erde gelebt, ihre Nester gebaut und ihre Jungen aufgezogen. Hunderte von Dinosaurier-Generationen haben während der Zeit, die wir Paläogen nennen, noch fort existiert, ohne dass sie sich an das, was ihre Vorfahren nicht allzu lange davor an Schrecken erlebt haben, zu erinnern. Massenaussterben heißt nämlich nicht, dass eine Masse an Tieren in ein paar Wochen mal einfach so tot ist. Aussterben bedeutet, dass wirklich jedes Individuum einer gesamten Spezies ausgelöscht sein muss. Und das ist gar nicht so einfach hinzukriegen. Es gibt nämlich selbst in den schlimmsten Naturkatastrophen immer Überlebende. Vielleicht verschwanden an dem schicksalhaften Tag am Ende der Kreidezeit tatsächlich schon einige Dutzend Arten urplötzlich. Aber die wahre Masse an Spezies hatte noch eine lange, lange Durststrecke vor sich, bis sie schließlich für immer verschwinden sollten. Der Nahrungsmangel, die drastischen Umweltveränderungen über Jahrhunderte hinweg und auch die genetische Verarmung haben dann die meisten Dinosaurier, aber auch viele weitere Tiergruppen allmählich dezimiert. Die meisten von ihnen sind wahrscheinlich erst viele Jahrtausende oder sogar Jahrhunderttausende nach dem Einschlag endgültig ausgestorben. In geologischen Maßstäben ist das aber ungeheuer plötzlich. Doch was ist damals eigentlich genau geschehen? Und woher wissen wir das alles überhaupt? Für viele Jahrzehnte war das plötzliche Verschwinden der Dinosaurier ein großes Rätsel. Forscher aus allen möglichen Disziplinen und längst nicht nur Paläontologen faszinierte dieses Rätsel. Und sie brachte eine ganze Reihe von Erklärungen zum Ausdruck. Manche davon waren ziemlich einleuchtend, andere wiederum eher wenig plausibel. Und einige sogar richtig kurios. So machte man einerseits plötzliche Klimaveränderungen, Überspezialisierung oder auch massiven Vulkanismus für das Verschwinden der Dinos verantwortlich. Aber auch plötzliche Krankheiten und der allmähliche Aufstieg der Säugetiere wurden als Gründe angeführt. Besonders das Plündern der Nester der zum Brüten am Boden gezwungenen Dinos war eine Erklärung, die noch bis in die späten 1980er Jahre hinein immer wieder zu hören war. Daneben gab es aber auch echt abgefahrene Gedanken. Wie etwa, dass die Dinosaurier einfach vor lauter Langeweile oder auch im Drogenrausch gestorben sind. Dass sie langsam in der Masse der durch sie selbst produzierten Fäkalien umgekommen seien oder dass Aliens sie absichtlich ausgerottet haben. Und natürlich melden sich auch immer mal wieder die strenggläubigen Kreationisten zu Worte. Wenn sie es denn tun. Manche bibelfeste Fanatiker leugnen sogar gerne, dass es Dinosaurier jemals wirklich gegeben hat. Die, die das nicht tun, begegnen einem dann aber vor allem mit Geschichten von dem Zorn Gottes, der Sintflut und Noas Arche. Auf die durften die Dinosaurier aufgrund ihrer Größe einfach nicht mehr mit drauf. Sie starben aus, weil Gott sie bloß als Vorbereitung für seine eigentliche Krone der Schöpfung, uns Menschen, auf die Erde brachte. Dinosaurier ebneten die Erde ein und machten sie für die moderneren Lebewesen erst dann so richtig fruchtbar. Aber damit Adam und Eva oder auch Noah und seine Nachfahren, da sind sich nicht alle so richtig einig, dann in Frieden und Sicherheit leben konnten, mussten die Dinosaurier halt weg. Manche Kreationisten haben auch eine ganz abgefahrene Erklärung. Vor der Sintflut seien Tiere noch ungeheuer alt geworden, so glauben sie. Schließlich ist auch die Lebenszeit von biblischen Figuren wie Adam, Methusalem oder auch Noah teils mit weit über 800 Jahren Lebenszeit in der Bibel überliefert. Noah hat die Dinos also bestimmt doch mitgenommen, zumindest für Eier zum späten Ausbrüten sei reichlich Platz auf der Arche gewesen. Doch wenn ein Reptil, wozu ja die Dinosaurier offenbar zählen, ebenfalls so alt geworden sind wie er und wenn sie die Zeit ihres Lebens immer weiter gewachsen sind, sei es ja kein Wunder, dass es heute keine Riesenechsen mehr gibt. Sie sind nach der Sintflut einfach deutlich kurzlebiger gewesen und entsprechend auch nicht mehr so groß geworden. Wir kennen die Dinos von einst, also heute als Leguane, Alligatoren und Zauneidechsen. Dass Echsen und Alligatoren nicht viel mit Dinosauriern zu tun haben, außer dass sie halt Amnioten, wie Säugetiere übrigens auch, sind, lassen wir mal außen vor. Auch wenn viele diesen, teils sogar recht kreativen Schwachsinn immer noch glauben, sind wir über diese amüsanten Erklärungsansätze heute schon lange hinaus. Kaum ein erdgeschichtliches Ereignis ist inzwischen so gut verstanden, wie die Katastrophe von Chick Chulup, wie das Ereignis am Ende der Kreidezeit auch genannt wird. Dies ist natürlich vor allem dem großen Interesse an den Dinosauriern geschuldet und auch der Tatsache, dass wir für dieses Ereignis tatsächlich schon viele greifbare Belege haben. Schon Ende der 70er Jahre forschten der US-amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Luis Walter Alvarez zu diesem Thema und kam dem Rätsel im italienischen Umbrien auf die Spur. Zusammen mit seinem Sohn, dem Geologen Walter Alvarez, wies er in der Grenzschicht zwischen Kreidezeit und Paläogen, damals noch Tertiär genannt, eine hohe Konzentration des Isotops Iridium nach. Iridium ist ein auf der Erde nur sehr selten vorkommendes Metall. Es bildet aber einen vergleichsweise hohen Anteil an der chemischen Zusammensetzung von Kometen und Asteroiden. Vater und Sohn Alvarez vermuteten also, dass ein gewaltiger außerirdischer Himmelskörper für das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit verantwortlich gewesen ist. Iridium lässt sich nämlich nicht nur in Umbrien, sondern auf der ganzen Welt nachweisen, in einer dünnen, feinen und pechschwarzen Linie, die die Epoche des Mastrichtiums und des anschließenden Daniums auf der ganzen Welt trennt. Ihre Studie veröffentlichten sie 1980 in einer gemeinsamen, vielbeachteten Studie. Die Einschlagstheorie wurde sowohl mit Skepsis als auch mit Begeisterung aufgenommen. Beides führte zu heftigen Diskussionen. Und Wissenschaftler auf der ganzen Welt waren eifrig bemüht, Belege für die Theorie zu finden und natürlich den gewaltigen Krater des vermuteten Einschlags. Ein Forschungsteam um Alan Hildebrand von der University of Calgary in Kanada wurde schließlich fündig. Im Jahr 1991 identifizierten sie mittels der Vermessung von magnetischen und gravitativen Anomalien an der Küste der mexikanischen Yucatan-Halbinsel entlang der kleinen Stadt Chicxulub einen eindeutigen Impact-Krater. Er bildet einen fast kreisförmigen Ring von sage und schreibe 180 Kilometern Durchmesser mit einem zentralen Gebirgsring im Inneren und einem mutmaßlichen flacheren Außenring von sogar 300 Kilometer Durchmesser. Trotz dieser ungeheuren Größe ist das natürlich viel, viel kleiner als der gesamte Golf von Mexiko, der insgesamt etwa 1500 Kilometer breit ist. In ihrer Studie nahmen Hildebrand und sein Team direkt Bezug auf die Arbeit von Alvarez. Der Dino-Killer oder zumindest sein Einschlagsort schien tatsächlich gefunden. Natürlich blieb diese Entdeckung nicht unumstritten. Kritiker merkten an, dass der Krater laut radiometrischer Datierung mehr als 300.000 Jahre zu alt sei, um als Verursacher der Kreide-Paleogen-Grenzschicht in Frage zu kommen, die man damals auf etwa 65,5 Millionen Jahren datierte. Sie sahen vielmehr die jüngeren Flutbasalte des indischen Dekantraps als Beleg für ein Massenaussterben an. Nicht ein Meteorit, sondern ein gewaltiger Supervulkan habe das Ende der Dinosaurier herbeigeführt. Denn auch aus dem Erdinnern könne Iridium in die Atmosphäre gelangen und von dort aus überall auf der Welt abgelagert werden. Neuere radiometrische Datierungen konnten das Ende der Kreidezeit etwas präziser datieren. Und das geschah sogar auf ziemlich lustige, ironische Art und Weise. Die Probe des Yucatan-Andesids, mit deren Hilfe sowohl der Nachweis für einen Impact als auch für die erste Datierung des Kraters erfolgte, lag viele Jahre lang als Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch eines Geologen der Erdölgesellschaft Pemex. Mit 66,04 Millionen Jahren plus minus 32.000 Jahren entspricht dieses Alter exakt dem des Chic-Chulub-Kraters. Auch der Nachweis von Chromisotopen an der Kreide-Paleogen-Grenzschicht ist ein weiterer Beleg für einen gewaltigen Einschlag. Eine derartige Chromkonzentration kommt nur in Meteoriten vor und kann durch eine Vulkaneruption definitiv nicht erklärt werden. Heute kann man also mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Bildung der Kreide-Paleogen-Grenzschicht und die des Chic-Chulub-Kraters zeitlich zusammenfallen und sehr wahrscheinlich in direkter Verbindung miteinander stehen. Möglicherweise steht der Chic-Chulub-Einschlag sogar im Zusammenhang mit dem Dekantrap. Die Energie des Einschlags könnte einer Studie zufolge direkt 70% der Energie dieses gewaltigen Vulkans auf einen Schlag freigesetzt haben. Und das ist auch logisch. Indien befand sich zum damaligen Zeitraum wohl in gerader Linie zum Einschlagswinkel des Impaktors. Die Energie des Einschlags könnte durch den ganzen Planeten geleitet und auf der anderen Seite wieder ausgetreten sein, was zu massiven Vulkanausbrüchen dort führte. Der Dekantrap blieb daraufhin wohl für viele Jahrzehntausende aktiv. Diese hohe vulkanische Belastung könnte dann aber auch selbst wieder für massive Umwelt- und Klimaveränderungen während des Paläogens verantwortlich gewesen sein. Noch immer ist die Diskussion also nicht abgeschlossen, welche Rolle der Dekant-Vulkan für das Massenaussterben gespielt hat. Es erscheinen jedes Jahr neue Studien, die beide Szenarien aber durchaus zusammenführbar machen. Um ein Rätsel des Hergangs dieses Einschlags und seiner möglichen globalen Folgen auf die Spur zu kommen, wurden technisch aufwendige und kostenintensive Bohrungen durchgeführt. Schon in den 1950er und 60er Jahren durchgeführte Bohrprojekte im Bereich des Kraters reichten zwar teilweise bis 3500 Meter Tiefe. Die Forscher waren damals aber auf der Suche nach Öl und nicht nach Belegen für einen Impact, der ja damals noch gar nicht im Raum stand. Erst 1996 initiierte die Nationale Autonome Universität von Mexiko ein Flachbohrprogramm im Krater, wobei aufgrund der geringen Bohrtiefe von maximal 800 Metern nur Impaktite der Auswurfmassen von außerhalb des eigentlichen Kraterbereichs geborgen wurden. Die Aussichten, mit einer Bohrung Bruchstücke des Impaktors zu finden, sind allerdings extrem gering, da dieser im Moment des Einschlags durch die enorme Energiefreisetzung nahezu restlos verdampfte. In einem Kooperationsprojekt unter der Leitung des Internationalen Kontinentalen Tiefbohrprogramms vom Geoforschungszentrum Potsdam wurde 2002 das Chicxulub Scientific Drilling Project durchgeführt. Die Kernbohrung erreichte eine Tiefe von 1511 Metern und förderte einen nahezu vollständigen Bohrkern von kenozoischen Sedimentgesteinen, verschiedene Lagen von Impaktiten innerhalb des Kraters sowie eine Sequenz von Gesteinsschichten aus der Oberkreide, die vermutlich von einem im Krater gerutschten Megablock des Untergrundes stammt. Mehrere Forschergruppen untersuchten danach die gut erhaltenen Impaktite unter mehreren Aspekten. Erste Ergebnisse wurden 2004 in einem Sonderband der Zeitschrift Meteoritics and Planetary Science veröffentlicht. 2016 wurden weitere Tiefenbohrungen geplant. Sie reichten bis 1335 Meter unter den Meeresboden. Die Forschungsergebnisse wurden 2018 veröffentlicht und gaben viele neue Aufschlüsse über die Zeit kurz nach dem Einschlag. Genauso heftig wie die Diskussion um Vulkane und Meteoriteneinschläge wird die Debatte geführt, was denn zum Himmel nochmal in der Nähe von Tschigtschulup eigentlich eingeschlagen ist. War es ein Asteroid oder doch ein Komet? Zuerst einmal eine kurze Definition der Begriffe. Ein Asteroid ist ein astronomischer Körper von geringer Größe, der sich in einer Keplerschen Bahn um die Sonne bewegt. Meist tut er das zusammen mit vielen anderen seiner Art und bildet mit ihnen einen Gürtel, wie zum Beispiel den zwischen Mars und Jupiter. Die meisten Asteroiden unseres Sonnensystems sind nicht größer als ein Auto. Manche sind aber gewaltig groß, wie zum Beispiel Ceres, der einen Durchmesser von 964 Kilometern aufweist und von Astronomen sogar als Kleinplanet klassifiziert wird. Asteroiden bestehen zumeist aus metallischen Verbindungen und Erzen. Ein Komet bildet sich in den äußeren, kalten Bereichen des Sonnensystems. Er enthält vor allem Kohlenstoff, Staub und Wasserstoff und besteht demnach gewissermaßen aus Eis. Manche Kometen befinden sich auf einer festen, meist elliptischen Bahn um die Sonne herum. Sie kehren also in regelmäßigen Abständen wieder, wenn ihre Bahn die der Erde kreuzt. Solche periodischen Kometen stammen meist aus dem Kuipa-Gürtel oder aus der Ortschen Wolke. Andere Kometen haben dagegen überhaupt keine nachweisbare Bahn um die Sonne und werden deshalb auch sehr wahrscheinlich niemals wiederkehren. In der Nähe der Sonne bildet ein Komet außerdem aufgrund der Ausgasung des Wasserstoffs den für ihn typischen Schweif. Asteroiden haben dagegen keinen Schweif und sind deshalb auch deutlich schwieriger auszumachen. Ein Meteorit ist einfach nur ein außerirdisches Projekt, welches auf die Erde einschlägt. Die Leuchtspur eines in die Atmosphäre eintretenden Himmelskörpers nennt man Meteor. Wie zum Beispiel eine Sternschnuppe. Der Satz, ein Meteor ist auf die Erde eingeschlagen, ergibt also überhaupt keinen Sinn. Meteore schlagen nirgends ein. Sie verglühen in der Atmosphäre. Asteroiden und Kometen können also beide zu einem Meteoriten werden, wenn sie die Erde treffen. Und somit kommen beide auch als Verursacher für das kreidezeitliche Massenaussterben in Betracht. Beide hätten tatsächlich die gleichen schweren Verheerungen auf der Erde anrichten können, da hätte es keinen Unterschied gegeben. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung spricht die chemische Signatur in der Kreide-Paleogen-Grenzschicht aber eher für einen sogenannten Koligen-Kondritten, also einen Asteroiden aus dem Gürtel zwischen Mars und Jupiter. Vermutlich wurde diese bei einer Kollision mit einem anderen Asteroiden, möglicherweise aber auch mit einem Kometen aus seiner Umlaufbahn geworfen. Wie nach einem Stoß beim Billard flog dieser Asteroid nun immer weiter direkt auf die Erde zu. Andere Studien beharren jedoch weiterhin auf einen Kometen als Verursacher. Die Diskussion läuft also noch. Das Klima am Ende der Kreide war mild und warm. Tropische und subtropische Klimazonen reichten bis fast in die Polargebiete hinein, Eiskappen gab es dort noch nicht. Die Pflanzenwelt wurde zumeist von Nadelbäumen dominiert, doch auch Laubbäume und andere Bedecktsamer waren zu jener Zeit bereits häufig. Gras war allerdings eine noch recht seltene Pflanze und nur auf der Südhalbkugel verbreitet. Auf den Prärien wuchsen meistens eher Mose und Farne. Die Welt sah zu jener Zeit eine weitere Blüte der Dinosaurier. Mancherorts war die Artenvielfalt im Mastrichtium, dem letzten Abschnitt der Kreidezeit, zwar schon deutlich im Vergleich zum vorausgehenden Campanium zurückgegangen. Einige Forscher leiteten daraus ab, dass die Dinos schon vor dem Einschlag im Niedergang begriffen waren. Doch neueren Studien zufolge war dies ganz und gar nicht der Fall. Viele Dino-Gruppen brachten ganz am Ende sogar ihre größten und berühmtesten Vertreter hervor. So erlebten Dino-Promis wie Tyrannosaurus, Triceratops, Ankylosaurus und Pachycephalosaurus das Ende der Kreidezeit buchstäblich hautnah mit. Die Lüfte wurden weiterhin durch gewaltige Flugsaurier dominiert, die Flügelspannweiten von zwölf Metern und mehr erreichen konnten. Am Boden schreitend waren diese Giganten so groß wie heutige Giraffen und überragten sogar ein Tyrannosaurus-Rex um mehr als eine Kopflänge. Doch auch viele Vögel waren in der Kreidezeit schon recht häufig. Eulen, Kraniche, Möwen, Albatrosse, Enten, Hühner und viele andere hatten bereits Vorfahren in der Kreidezeit, die ihren modernen Verwandten schon ganz ähnlich waren. Auch Säugetiere gab es schon in vielen Formen und Größen. Die kleinsten waren so winzig wie Mäuse, es gab aber auch schon pudelgroße Pelztiere. In den Meeren schwammen riesige Elasmosaurier. Manche von ihnen waren geschickte langhalsige Fischjäger, andere auch riesige, gemächliche Planktonfresser. Sie mussten stets auf der Hut vor den gefährlichen Mosasauriern sein, bis zu 18 Meter langen Verwandten der Schlangen und Warane, die die Marienökosysteme am Ende der Kreidezeit dominierten. Besonders häufig waren auch die vielen Arten der Ammoniten, Verwandte der Tintenfische mit einem meist spiralförmig gewundenen Gehäuse. Mit Hilfe der vielen wissenschaftlichen Studien, die sich seit den frühen 90er Jahren mit der Einschlagshypothese befasst haben, kann heute schon ein ziemlich genaues Bild von der Tschig-Tschulup-Katastrophe gezeichnet werden. Inzwischen ist dieses Bild auch längst keine Hypothese mehr, sondern hat bereits den Status einer echten, mit vielen Belegen unterfütterten Theorie. Und diese Theorie sieht wie folgt aus. Einer aktuellen Studie zufolge ereignete sich der Meteoriteneinschlag im nördlichen Frühsommer vor etwa 66 Millionen Jahren. Schon einige Tage, vielleicht sogar Monate vorher, dürfte einigen Dinosauriern ein merkwürdiges Licht am Nachthimmel aufgefallen sein. Zuerst, schwach und unscheinbar wie ein kleiner Stern, wurde dieses Gebilde immer größer. Einige Stunden direkt vor dem Einschlag dürfte das Objekt so groß und so hell wie ein zweiter Mond auf der Erde gestrahlt haben. Der Impaktor hatte eine Größe von 10 bis 15 Kilometern und war damit in etwa so groß wie der Mount Everest. Ein so großer Impaktor kommt natürlich nicht allein. Er schiebt Millionen kleinerer Asteroiden vor sich her, wie die Bugwelle eines Schiffs. Schon Tage vor dem Einschlag hätte man des Nachts dutzende kleine Sternschnuppen pro Minute gesehen, während das Licht des Objektes klar und hell den Erdboden erstrahlte, in der letzten Nacht sogar heller als in einer Vollmondnacht. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 Kilometern pro Sekunde, also um ein Vielfaches schneller als eine Gewehrkugel, raste dieses Objekt nun auf den Golf von Mexiko zu. Wann genau, also zu welcher Uhrzeit er dort einschlug, ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Studie besagt jedoch, dass er in einem Winkel von 45 bis 60 Grad einschlug, also mit Blick auf die nun eintretenden Folgen für die Umwelt so ungünstig, wie es nur ging. Und er suchte sich auch den denkbar schlechtesten Punkt zum Einschlagen aus, nämlich direkt auf einer Fläche, die vor allem Gipssedimente enthielt. Innerhalb von nur eineinhalb bis zwei Sekunden raste der Asteroid durch die Atmosphäre und schlug ein mehr als 30 Kilometer tiefes Loch in den Boden. Das war so tief, dass die Erdkruste dort vielleicht sogar durchgeschlagen wurde und der Asteroid bis ins flüssige Magma des Erdmantels vordrang. Aufgrund der immensen Geschwindigkeit und Masse des Einschlags wurde eine nur schwer bezifferbare Sprengkraft frei. Zwischen 1,3 und 58 Joule wurden auf einen Schlag freigesetzt. Das bedeutet, man muss hinter die Zahl noch 24 Nullen dranhängen. Für so eine Energiemenge gibt es auf Erden kein mit dem menschlichen Verstand begreifbares Äquivalent. Selbst wenn wir jeden Nuklearsprengkörper, jede Bombe, jede Rakete, ja jedes einzelne Gramm Schießpulver und sogar jeden Silvesterknallfrosch, der jemals von Menschenhand hergestellt wurde, auf einmal zünden und an einer einzigen Stelle hochgehen lassen würden, würde diese Energiemenge im Vergleich zum Chic-Chulub-Bombardement nur einen winzig kleinen Bruchteil darstellen. Es wäre wie ein platzender Partyluftballon im Vergleich zu einer Atombombe. Tatsächlich wären insgesamt etwa 100 Millionen Zarwasserstoffbomben nötig, um diese immense Energiemenge zu erzeugen. Heute ist der Krater, der sich bei diesem gewaltigen Einschlag bildete, immer noch sehr gut erhalten und kaum erodiert. Er besteht aus einem Hauptring von etwa 180 Kilometern Durchmesser und etwa 10 Kilometer Tiefe. Diese ist heute allerdings durch Sedimente aufgefüllt. Die Erdkruste wurde durch die gewaltige Energie zusammengestaucht und verhielt sich nun wie eine Flüssigkeit. Als hätte ein Gigant eine mächtige Arschbombe gemacht, türmte sich nach dem Impact durch das zurückströmende Material ein gewaltiger Berg im Zentrum auf, der vermutlich über 10 Kilometer Höhe erreichte. Schon Minuten nach dem Einschlag kollabierte dieser Berg allerdings wieder. Die Reste bilden im Zentrum aber noch heute mehrere Innenringe, wie den sogenannten Peak Ring, den man auch bei vielen Mondkratern findet. Es liegt auf der Hand, dass die direkten Folgen dieser gewaltigen Explosion beispiellos waren. Den Lichtblitz sah man auf der gesamten westlichen Erdhälfte. Den Knall hörte man sogar überall, selbst in den entlegensten Winkeln der Erde. Kein Lebewesen auf der Erde hätte dieses Ereignis verschlafen können. Der Asteroid und auch viele Kubikkilometer Gestein verdampften dabei auf der Schnelle, also im Bruchteil einer Sekunde, zusammen mit einer unbeschreiblich großen Menge an Meerwasser. Jedes Lebewesen im Umkreis von etwa 3000 Kilometern, egal ob im Wasser oder an Land, ging innerhalb der ersten Sekunde nach dem Einschlag direkt in Flammen auf. Und das waren noch die, die Glück hatten. Auf jedes andere Lebewesen kam nun buchstäblich die Hölle auf Erden zu. Die Energie des Einschlags entlud sich kreisförmig. Eine gigantische Druckwelle trieb das Feuer, die Asche und den Staub in alle Richtungen. Noch in mehr als 5000 Kilometern vom Einschlagsort entfernt wütete diese Welle mit der Stärke eines Hurricanes. Traf sie auf Land, wurden Sanddünen hinfortgeweht. Mächtige Bäume, wie die vor allem in Amerika weit verbreiteten Araukarien, knickten um, als wären sie nur Streichhölzer. Nichts und niemand, nicht einmal ein gewaltiger, über 25 Meter lange Sauropode wie Alamosaurus, hätten sich in so einem Sturm noch auf den Beinen halten können. Wer diese erste Druckwelle heil überstanden hatte, dem sollten schon in den nächsten Stunden noch viele weitere Herausforderungen entgegentreten. Die Nächsten kündigten sich schon in den nächsten paar Minuten nach dem Einschlag an. Auf den gewaltigen Knall, den es zuerst auf die Ohren gab, folgte selbst in den Regionen, die nicht von der Druckwelle getroffen waren, ein weiterer Knall. Diesmal kam er aber von unten. Die Erde bebte, riß in manchen Gegenden sogar auf und hob sich viele Meter hoch empor. Schluchten und Gebirgshänge stürzten ein, Flussbetten rissen ab und stauten sich zu neuen, monströsen Stauseen. Und wirklich jedem Tier auf Erden wurde buchstäblich der Boden unter den Füßen weggerissen. In manchen Gegenden erreichten die Erdbeben wohl Stärken, die über alle bislang jemals gemessenen Werte auf der Richterskala weit hinausgingen. Wie weit sich der Einschlag auch auf den Vulkanismus auswirkte, ist nach wie vor umstritten. Auch ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Impact und Deckern-Super-Vulkanismus gab, wird weiterhin diskutiert. Es dürfte aber auf der Hand liegen, dass in vulkanisch instabilen Gegenden auf dem Planeten ein derart massiver Energie-Input nicht gerade stabilisierend gewirkt hat. Wann und wie viele Vulkane damals ausbrachen, weiß niemand. Doch solltest du dich an jenem schicksalhaften Tag in der Nähe eines aktiven Vulkans aufgehalten haben, wäre es wahrscheinlich der letzte Tag deines Lebens gewesen. Erdbeben und Vulkanausbrüche, aber natürlich auch der Einschlag selbst, jagten außerdem Tsunamiwellen über die Meere. Vielleicht hätten sie nicht überall die gleiche verheerende Energie. Doch dürfte an tatsächlich jeder Küste auf der Welt nun eine akute Lebensgefahr bestanden haben. Je nach Entfernung zum Einschlagskrater vergingen nun Minuten oder auch Stunden, bis die Wellen das Land trafen. Hättest du dich an diesem Tag am Strand aufgehalten, so hätte dich folgendes erwartet. Zuerst hättest du natürlich den Lichtblitz gesehen, dann den Knall gehört. Wenn du dich nach dem Erdbeben dann wieder aufgerappelt hättest, wäre eine geisterhafte Stille an dein Ohr gedrungen. Wahrscheinlich hätte wirklich jedes Tier, jeder Vogel, jeder Dino nun erst einmal die Klappe gehalten und nach Gefahr Ausschau gehalten. Vielleicht wäre die Luft aber auch erfüllt gewesen von den Geschreien der nun panisch davoneilenden Lebewesen, die schon genau spürten, dass etwas Grauenhaftes auf sie zukam. Wärst du nun am Strand stehen geblieben, wäre dir bald eine dünne, dunkle Linie am Horizont aufgefallen, die das Meer vom Himmel in einem scharfen Kontrast trennte. Diese Linie würde nun langsam, ganz langsam immer dicker werden. Auf einmal würde sich das Meer nun schlagartig zurückziehen. Der Uferbereich würde regelrecht leer gesogen werden. Du könntest hunderte von Metern hinaus blicken, überall würden überraschte zappelnde Fische auf dem nun trockenen Meeresboden zucken. Und dann würde dieser seltsame dunkle Balken auf einmal immer größer werden. Eine mehrere hundert Meter hohe, schwarz-blaue Wand würde auf dich zurasen, schneller als ein ICE oder irgendein anderer Schnellzug. Du hörst ein gespenstisches Rauschen. Je nach Stand der Sonne würde dann noch kurz der Schatten der gewaltigen Welle auf dich fallen, bis sie dann über dich hereinbricht. Den Aufprall würdest du nur eine Sekunde lang spüren, bevor du bewusstlos wirst. Die Höhe der Tsunamiwellen dürfte von Region zu Region unterschiedlich gewesen sein, je nach Beschaffenheit der Küsten und Riffkanten. Wellen von nur 30 bis 40 Metern bis hin zu über 900 Metern trafen jetzt aufs Land und rissen alles, lebendig oder bereits tot, mit sich. Einige dieser Wellen drangen wahrscheinlich hunderte von Kilometern ins Landesinnere vor. Die meisten Tiere, also auch die meisten Dinosaurier, die an diesem Tag starben, dürften ertrunken oder von den Wassermassen schlichtweg erschlagen worden sein. Mehrere tausend Kubikkilometer Gestein wurden während des Aufpralls in den Himmel geschleudert. Einige der Gesteinsfragmente stiegen mit einer so immensen Geschwindigkeit empor, dass sie sogar die Anziehungskraft der Erde überwunden. Es ist sehr gut möglich, dass wir irdisches Gesteinsmaterial, vielleicht sogar Spuren von Lebewesen oder auch Fossilien von Dinosauriern, eines Tages auch auf dem Mond oder gar auf dem Mars finden werden. Die Streuwirkung des Tschig-Tschulup-Einschlages dürfte also sogar auf entlegenden Himmelskörpern ihre Spuren hinterlassen haben. Deutlich schlimmere Auswirkungen hatte das herausgeschleuderte Material aber hier bei uns auf der Erde. Es verteilte sich nämlich nun in den nächsten Stunden rings um den Erdball und wurde dann von der Anziehungskraft unseres Planeten wieder angezogen. Die meisten der Gesteinsbrocken waren klein und verglühten einfach in der Atmosphäre. Weil es aber so ungeheuer viele waren, nämlich viele Millionen pro Sekunde und das auf der ganzen Welt, hatte es trotzdem drastische Auswirkungen. Beim Blick in den Himmel hätte es so ausgesehen, als ob dieser in rot glühenden Flammen stand. Die braun-rot leuchtenden Wolken wären so schnell hinweggezogen, dass es aussah, als würde es im Himmel blubbern, wie in einem Kochtopf. Die extrem hohen Temperaturen, die der Himmel an diesem Tag erreichte, strahlten natürlich auch auf den Erdboden ab. Es herrscht derzeit noch Unklarheit, wie heiß es unten tatsächlich wurde. Möglicherweise heizte sich der Boden mancherorts für etwa eine Minute auf mehr als 1000 Grad Celsius auf. Oder auch für vielleicht mehrere Stunden auf weit über 200 Grad. Egal welches Szenario nun tatsächlich eintrat, in jedem Fall war es heiß genug, fast alles Leben am Erdboden buchstäblich zu rösten. Sogar die regenreichen Wälder der Kreidezeit fingen jetzt Feuer. Schon ein kleiner Funke reichte aus, um eine Feuersbrunst auszulösen. Und Funken gab es reichlich. Millionen von Kleinmeteoriten regneten als tödliche Geschosse auf der ganzen Erde nieder und töteten dabei tausende von Lebewesen. Da der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre damals deutlich über dem Wert von heute lag, breiteten sich Waldbrände auch mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit aus und brannten sogar erheblich heißer. Studien zufolge fanden sich die Dinosaurier nun statt in ihrem gewöhnten blühenden Paradies nun in einer feurigen, globalen Hölle wieder. Sogar die großen Meeresreptilien waren vor diesem Ereignis nicht sicher. Zum Atmen mussten sie ja wieder an die Oberfläche kommen. Und in vielen Bereichen auf der Erde war es so heiß, dass die Flüsse, Seen, Meere und Ozeane sprudelnd kochten. Jedes Tier, das sich nicht in eine Höhle, ein Erdbau oder in einen Bereich retten konnte, der wie durch ein Wunder vor den Flammen geschützt blieb, musste nun einen schrecklichen Tod sterben. Oder es wurde zumindest sehr schwer verletzt. Die ersten 24 Stunden nach dem Einschlag gehörten vermutlich zu den schrecklichsten, die unser Planet seit der Entwicklung höheren Lebens durchmachen musste. Durch die wahren Probleme, die wahren Auslöser, für das nun eintretende Massenaussterben, hatten noch gar nicht begonnen. Viele Billionen Lebewesen waren inzwischen ums Leben gekommen, doch waren trotzdem noch kaum Arten tatsächlich ausgestorben. Irgendwo auf der Welt gab es von wahrscheinlich jeder Spezies immerhin noch einige hundert oder tausend Überlebende. Doch auch für die Glücklichen, die jetzt noch am Leben waren, hielt die Zukunft nichts Gutes bereit. Asche und Staub und natürlich auch kleinere Partikel vom Einschlag und dem emporgewirbelten Gestein legten sich wie ein Dunstschleier in die Atmosphäre und setzten sich in ihr fest. Dabei verdunkelte sich der Himmel. Die wärmenden Strahlen der Sonne wurden nun einfach ausgesperrt. Selbst am helllichten Tage war, wenn überhaupt, nur ein schemenhaftes Dunkelgrau zu sehen. Wahrscheinlich war es aber ähnlich dunkel wie in einer wolkenverhangenen Neumondnacht. Einer Studie zufolge stürzten die globalen Durchschnittstemperaturen nun kurzfristig in den Keller. Kurzfristig bedeutet hier mehrere Monate bis vielleicht sogar Jahre. Und Keller hieß, sie fielen um mindestens 26 Grad Celsius. Das heißt, dass fast überall auf der Welt jetzt eisige Minusgrade herrscht. Viele Gegenden auf der Welt wurden sogar gänzlich unbewohnbar, weil es nirgendwo Lebewesen gab, die an ein Leben in arktischer Kälte und Dunkelheit angepasst waren. Die niedrigen Temperaturen, aber vor allem das fehlende Sonnenlicht, machten der Pflanzenwelt, vor allem aber dem Phytoplankton in den Meeren, den Garaus. Von der lebenswichtigen Photosynthese abgeschnitten, brach die Nahrungspyramide nun in den meisten Ökosystemen zusammen. Der verdampfte Gips, der so in die Atmosphäre gelangte, könnte einer Studie zufolge für die drastischsten Auswirkungen der Katastrophe verantwortlich gewesen sein. Der im Gestein gebundene Schwefel verband sich in der Atmosphäre zu hoch ätzenden, schwefligen Säuren, die als saurer Regen noch Jahre nach dem Einschlag auf der Erde niedergingen. Dies dürfte neben den eisigen Temperaturen und der Dunkelheit des Impactwinters der Pflanzenwelt an Land den Rest gegeben haben. Auch hatte er drastische Auswirkungen auf sämtliche Meeresbewohner, die ihre Außenschale aus Kalk aufbauen. Muscheln, Ammoniten und vor allem die vielen winzig kleinen Planktonkrebse erlitten ein grausames Schicksal und lösten sich buchstäblich auf. Wäre der Asteroid nur an einer anderen Stelle eingeschlagen, hätten die Wälder kurz nach diesem Impactwinter neu austreiben und viele Pflanzen sowie das Leben in den Ozeanen sich schnell wieder erholen können. Der saure Regen bremste die Regeneration der Natur jedoch wahrscheinlich um Jahrtausende aus. Es ist natürlich wenig überraschend, wenn man schaut, wie viele Verlierer so eine globale Katastrophe produziert. Man stelle sich nur einmal einen völlig havarierten Planeten vor, etwa sechs Wochen nach dem Einschlag. Völlige Finsternis, bittere Kälte, überall der Gestank des Todes. Jeder Fluss, jeder Tümpel und besonders das Meer stinkt erbärmlich nach Vollnis und Verwesung. Man möchte am liebsten den Atem anhalten, noch dazu die bittere Kälte. Und nur ganz sporadisch begegnet man mal einem Dinosaurier und dieser ist dann höchstwahrscheinlich halb verhungert oder schwer verletzt. Wirklich ein deprimierendes Schauspiel. Was aber dann doch überrascht, es gab tatsächlich Organismen, die von der Katastrophe profitierten. Wenn alles in tiefdunkler, feuchter Kälte fault, hungert oder vor sich hin kohlt, finden das einige nämlich richtig schön und gemütlich. Die Pilze. Studien belegen, dass in der schrecklichen Zeit des Impact-Winters und wahrscheinlich noch längere Zeit danach eine wahre Blütezeit der Pilze begann. Sie fanden in der havarierten Welt ein ungeheuer reichliches Nahrungsangebot vor. Und da Pilze auch nicht zwingend Licht und Wärme benötigen, um zu wachsen, war ihnen das große Drumherum ziemlich egal. Ebenfalls überraschend ist, dass wir auch in den kargen Monaten des Impact-Winters eigentlich noch gar nicht von einem Massenaussterben sprechen können. Sicher, die meisten Großtiere wie Tyrannosaurus, Triceratops oder Alamosaurus dürften schon wenige Monate nach der Katastrophe ausgestorben sein. Bestimmt konnten sich nur wenige dieser großen Tiere vor den Katastrophen, ausgehend von der Yucatan-Halbinsel, in Sicherheit bringen. Die Hell Creek Formation lag zwar einige tausend Kilometer von der Einschlagstelle entfernt, doch das war auf keinen Fall weit genug, um der Kettenreaktion aus den geradezu biblischen Plagen zu entgehen. Und selbst in weit abgelegenen Gegenden der Welt dürften die Großtiere tatsächlich zu den ersten Opfern der Katastrophe geworden sein. Selbst wenn vielleicht der ein oder andere T-Rex wie durch ein Wunder überleben konnte, hätte die Zukunft für ihn nicht mehr viel Schönes bereitgehalten. Zuerst hätte er vielleicht noch Nahrung im Überfluss gefunden, weil ja überall lecker durchgeschmorte Tierkadaver herumlagen. Doch dieser Reichtum war von kurzer Dauer, rottete allmählich vor sich hin und wurde bald von giftigen Pilzen überwuchert. Unser einsamer T-Rex ist vielleicht noch Jahre nach dem Einschlag durch die apokalyptische Welt gestampft. Er wurde dabei immer dünner, kraftloser und kränkelte oft vor sich hin. Vielleicht hätte er dabei sogar noch ein Weibchen zur Fortpflanzung gefunden, das ebenfalls auf wundersame Weise überlebt hätte. Vielleicht gab es dann noch eine weitere Generation flauschiger T-Rex-Babys. Doch nach ihnen dürfte es trotzdem nur sehr, sehr wenige Generationen weiterer Tyrannosaurier gegeben haben. Die größten Dinosaurier starben zuerst aus, weil sie schlichtweg nichts mehr zu fressen fanden. Die großen Pflanzenfresser zuerst, dann die Fleischfresser. Trotzdem ist eine Art erst dann wirklich ausgestorben, wenn wirklich jedes Individuum dieser Art tot ist. Und das hat noch lange, sehr lange gedauert. Es gab ja auch schließlich eine ganze Menge kleinerer Dinosaurier. Von denen war natürlich die Mehrheit auch bei den Katastrophen nach dem Einschlag direkt ums Leben gekommen. Aber viele Dutzend, vielleicht sogar einige hunderte Exemplare kleinerer Dinosaurier, wie zum Beispiel Pektinodon, Teskelosaurus oder Archaeoraptor, hatten sogar die Kälte und die Kargheit des Impact-Winters überlebt. Sie lebten nun in einer Welt, die sich langsam wieder von der Katastrophe erholte. Aber wieso sind sie trotzdem ausgestorben, obwohl eigentlich wieder alles gut zu werden schien? Das größte Problem war für viele Spezies nicht etwa eine Tsunamiwelle, ein Waldbrand oder der Hunger. Kleine Dinosaurier waren meist nicht wählerisch in ihrer Nahrung. Als es immer wärmer wurde, kamen zum Beispiel auch die Insekten wieder hervor, die solche Katastrophen meist sehr gut aussitzen können. Insekten können sich verkriechen, können sich oft sogar tiefkühlen lassen. Oder sie legen einfach Eier, die sehr widerstandsfähig sind und auch Monate nach einer Katastrophe noch Nachkommen hervorbringen können. Kaum nachdem die Sonne wieder hervorgekommen war, dürfte es vor Insekten geradezu gewimmelt haben. Und die haben sich die kleinen Dinosaurier dann schmecken lassen. An einem fehlenden Nahrungsangebot dürfte es also nicht gelegen haben, dass auch alle kleineren Nichtvogeldinosaurier vom Antlitz der Erde verschwanden. Ihr Problem lag tatsächlich in ihrem Genpool, der nach dem Einschlag drastisch leckgeschlagen war und der nun langsam austrocknete. Da nur so wenige von ihnen überlebt hatten, waren viele Lebensräume für lange Zeit geradezu entvölkert. Und die wenigen Populationen bestanden oft nur aus einer Handvoll von Individuen. Und so bekamen die Dinosaurier allmählich ein Problem mit Inzucht. Ihr langsames Dahinscheiden könnte Jahrhunderte, Jahrtausende oder sogar Jahrzehntausende gedauert haben. Aber in diesen für uns langen Zeiträumen hätten die Tiere trotzdem nicht mehr genug Zeit, ihren Genpool durch Mutation wieder zu einer fruchtbaren und fortbeständigen Stabilität zurückzuführen. Eine Spezies lebt nur durch einen gewissen Austausch verschiedener Gene fort. Sie braucht Variation und Diversität, um zu gedeihen und sich zu entwickeln. Evolution funktioniert nur durch einen gewissen Grad an Verschiedenheit. Und weil die Nichtvogeldinosaurier das eben nicht länger hatten, war auch ihr Schicksal besiegelt. Bald schon war jedes Individuum innerhalb einer Art mit seinen Artgenossen so eng verwandt, als wären es alle seine direkten Geschwister. Erbkrankheiten breiteten sich aus und stellten einen harten Selektionsfaktor dar. Nur wenige Individuen erreichten nun noch das Erwachsenenalter, was die genetische Vielfalt sogar noch weiter verarmen ließ. Viele Individuen waren außerdem selber gar nicht mehr imstande, sich fortzupflanzen. Und so wurde die Art insgesamt immer seltener und seltener, bis sie schließlich ausstarb. Erst jetzt kann man wirklich von einem Massenaussterben sprechen. Tagtäglich verschwanden nun Dutzende von Arten. Schleichend, kaum merklich und unsichtbar wurde die Erde immer leerer und leerer. Für viele Arten wurde es nun auch zu einem Problem, wenn eine andere Spezies plötzlich immer seltener wurde und dann auch schließlich ganz weg war. Das Geflecht aus ökologischen Beziehungen ist sehr komplex. Viele Spezies sind auf genau eine Art von Beute, einen ganz bestimmten Bestäuber oder sogar einfach nur den Kot einer anderen Spezies als Dünger angewiesen. Ist diese Spezies nun aber nicht mehr vorhanden, müssen ihr auch die anderen von ihr abhängigen Spezies folgen. Sogar das Wegfallen eines gefürchteten Fressfeindes kann für eine Beutespezies zum Problem werden. Wenn ihr vielleicht einziger Feind ausstirbt, kommt es schnell zur Überbevölkerung. Und so kann der Umstand, den eine Spezies erst als großes Glück feiert, doch zu ihrem Verderben führen. Wenn sich die glücklich vermehrenden Individuen nun selber in Konkurrenz zueinander im Wege stehen, findet jedes Individuum immer weniger Nahrung und bekommt Probleme, seine Jungen großzuziehen. Und vielleicht haben die sich nun schnell vermehrenden ehemaligen Beutetiere auch unbeabsichtigt dafür gesorgt, dass sie nun genau die Spezies ausrotten, von der sie selber abhängig waren. Und so war es noch viele Jahrtausende nach Cicculup, auf einer nun wieder grünen und eigentlich fruchtbaren Erde, keine große Seltenheit, dass Arten, die eigentlich wieder eine sehr starke Populationsdichte aufgebaut hatten, dann doch völlig unerwartet ausstarben. Für so viele Arten, mehr als 70% aller Spezies auf der ganzen Erde, wurde tatsächlich schon am Schicksalstag im Frühsommer vor 66 Millionen Jahren das Todesurteil gesprochen. Endgültig vollstreckt wurde es allerdings dann doch erst meist viele Jahrtausende später. Es ist heute natürlich nicht möglich, die tatsächliche Größe des Artenverlustes am Ende der Kreidezeit genau zu beziffern. Wir kennen ja nur einen Bruchteil der verschiedenen Spezies, die es in genau diesem Zeitalter gab. Nur die Spezies, von denen wir wirklich Fossilien gefunden haben, dienen uns als Grundlage für unsere Zahlenwerte. Der Großteil aller Arten lebte damals aber wahrscheinlich in Gegenden, die sich überhaupt nicht gut für eine Fossilisation eignen. Zum Beispiel leben heute die meisten Arten im tropischen Regenwald. Der Boden des Regenwalds ist nährstoffarm und recht sauer, sodass dort ein sedimentärer Kadaver relativ schnell zersetzt wird. Von Regenwaldtieren sind uns also nur verhältnismäßig wenige prähistorische Arten als Fossil überliefert. Und in der Kreidezeit war ein weitaus größerer Teil der Biosphäre Regenwald. Genauso verhält es sich mit Biomen aus Gebirgsregionen oder auch der Hochsee. Ausgehend von den fossil überlieferten Arten können wir aber sagen, dass nicht nur die Dinosaurier, Meeresreptilien und Flugsaurier erhebliche Artenverluste hinnehmen mussten. Auch die Vögel, die ja ebenfalls Dinosaurier sind, und sogar die Säugetiere waren nach der Katastrophe offenbar um ein Haar ausgestorben. Sie verloren zwischen 85 oder sogar 95% ihrer Spezies. Eine überwältigende Mehrheit der Säugetier- und Vogelfossilien, die in Schichten aus dem Mastrichtium noch relativ häufig zu finden sind, lassen sich im Danium immer seltener finden und verschwinden dann sogar ganz. Es ist also eine fatale Falschannahme, dass der Chik-Chulup-Einschlag für die Säugetiere ein Glücksfall war. Ihnen wurde ganz und gar nicht die Bahn freigemacht, als die großen Dinos plötzlich alle weg waren. Einer neuen Studie zufolge war es vielmehr so, dass den modernen Säugetieren, den Euteria, vor allem ihre eigenen prähistorischen Verwandten im Weg standen. Nicht die Dinos, sondern andere Säuger hielten sie über Jahrmillionen lang klein. Erst als die Konkurrenz dann zusammen mit den Dinos ausgestorben war, begann der Aufstieg der modernen Säugetiere. Und erst dann sollten sie schließlich zur dominanten Tiergruppe auf der Erde werden. Doch vor diesem Aufstieg hatten die Säuger noch einen weiten Weg vor sich. Während des Paleozehns gab es zum Beispiel nur wenige Säuger, die deutlich über die Größe ihrer Vorgänger aus der Kreidezeit hinaus kamen. Kaum ein Säugetier wurde damals größer als ein Hund oder ein Schaf. An Großtiere wie zum Beispiel mächtige Rinder, Nashörner oder gar Elefanten war in den ersten Jahrmillionen nach dem Ende der Kreidezeit noch lange nicht zu denken. Zunächst schlug erst einmal die Stunde der Reptilien. Sie hatten am Ende des Mastrichtiums meist nur einen recht geringen Artenverlust zu verzeichnen. In der Hell Creek Formation überlebten sogar alle drei der dort gefundenen Krokodilarten und lassen sich auch viele Millionen Jahre nach dem Massenaussterben noch im Fossilbericht nachweisen. Reptilien hatten wahrscheinlich nach dem Massenaussterben den größten Vorteil, dass sie einerseits sehr lange ohne Nahrung auskommen und Katastrophen wie ein Impactwinter einfach aussitzen können. Ihr wechselwarmer Stoffwechsel lässt sich extrem herunterfahren, sodass sie monatelang kaum Energie zuführen müssen. Gleiches gilt auch für die meisten Amphibien. Die wechselwarmen Landwirbeltieren verloren wahrscheinlich nur zwischen 10 und 30 Prozent ihrer Arten. In der nun leergefegten, immer heißer und feuchter werdenden Erde waren sie die ersten, die sich zu neuen Giganten entwickelten. Aus dem Paleozeen sind einige sehr große, viele hundert Kilogramm schwere Schildkröten, Krokodile und auch Schlangen fossil belegt. Die Säugetiere hingegen sollten sich erst im Eocen zu Großtieren entwickeln. Nur ganz allmählich gelang es ihnen, auf einer zu einem weltweit tropischen Regenwald aufblühenden Erde, die Vorteile ihrer Warmblütigkeit wieder auszuspielen und den Planeten zu erobern. Vielerorts teilten sich die Säuger, aber auch noch lange Zeit die Herrschaft mit den Vögeln. Pflanzen oder zumindest alles fressende Riesenvögel wie Gastornis gehörten im frühen Eocen zu den größten Tieren ihres Lebensraums. In Südamerika ließen Vögel sogar noch bis vor wenigen tausend Jahren noch das Echo einer längst vergangenen Zeit hochleben. Terrorvögel wie Titanis standen dort noch lange sogar an der Spitze der Nahrungskette und ihren ausgestorbenen Theropodenvorfahren kaum in etwas nach. Und viele entlegene Inselwelten wie Madagaskar oder vor allem Neuseeland brachten teils gigantische Vögel hervor, die Eier legten, die sogar größer waren als alle jemals gefundenen Dinosaurier-Eier. Alle sprechen mit Blick auf das Ende der Kreide immer nur über die drastische Zäsur im Tierreich. Doch kaum weniger spektakulär verlief diese Zäsur auch für die Pflanzen. Während des Mesozoikums dominierten nacktsamige Pflanzen, vor allem Koniferen, aber auch Farne und Zykadeen das Landschaftsbild in den allermeisten Ökosystemen. Obwohl sich schon am Anfang der Kreide oder sogar bereits im Jura die ersten bedecksamigen Blütenpflanzen entwickelt hatten und diese sogar schon einigermaßen erfolgreich geworden waren, wurden die Wälder dennoch weiterhin von altertümlichen Pflanzen dominiert. Im Verlauf von Paleocen und Eocen änderte sich das jedoch. Studien belegen, dass der Klimawandel nun eindeutig die Bedecktsamer bevorzugte. Die Zusammensetzung der meisten Wälder war weltweit nun eine komplett andere. Und besonders eine winzig kleine Pflanze feierte nun einen Erfolg, der in der Pflanzenwelt als beispiellos gelten darf. Das Gras. In trockenen Gebieten mit geringen Niederschlägen breiteten sich nun die allerersten Savannen und Steppen aus. Landschaftsform, die es noch nie zuvor in der Erdgeschichte gegeben hatte. Im weltweit größten Ökosystem stellte sich nun ebenfalls alles komplett um. Die großen marinen Reptilien wie Mosasaurier und Plesiosaurier waren zusammen mit den Dinosauriern untergegangen. Die Ichthyosaurier, die wohl am besten ans Meer angepassten Meeresreptilien, waren schon sogar rund 30 Millionen Jahre früher verschwunden und hatten die Katastrophe von Chicxulub gar nicht mehr miterlebt. Doch auch viele andere Meeresbewohner teilten das Schicksal des Aussterbens. Besonders die Ammoniten und Belemniten, Verwandte der Tintenfische mit einem Gehäuse, starben restlos aus. Ihre Vorfahren hatten bereits mehrere andere, sogar schlimmere Massenaussterben überstanden. Doch die Übersäuerung der Ozeane und die Sauerstoffarmut brachten ihnen das Ende. Die Zusammensetzung des Planktons erholte sich im Paläozän jedoch wieder recht schnell, wie weitere Studien bestätigen. Große Meeresammoniten fehlten in der nächsten Zeit aber in den meisten marinen Ökosystemen. Lediglich die Schildkröten schwebten nur noch majestätisch durch die Fluten. Ansonsten gehörten die Ozeane aber nun für einige Millionen Jahre wieder den Fischen. Mehr als 180 Millionen Jahre lang hatten Lungenatmende, ins Meer zurückgekehrte Reptilien das größte Ökosystem der Welt beherrscht. Nun jedoch traten kiemenatmende Fische wieder die Herrschaft an. Die Meere des Paläozäns gehörten einige Zeit lang vor allem den Haien. Doch schließlich stießen die Säugetiere auch in dieses Ökosystem vor. Die ersten Wale entwickelten sich schon früh im Eocen und brachten nur einige Millionen Jahre später riesige Spezies hervor, die den großen Meeresreptilien in nichts nachstanden. Neben den Walen und Delfinen gibt es heute auch viele weitere aquatische Säugetiere wie Seekühe, Robben und Otter. Das größte Tier aller Zeiten lebt heute und ist ein Säugetier. Der Blauwal ist um mindestens eine volle Größenordnung gewaltiger als die mächtigen Sauropoden. Den Dinosauriern war es im Mesozoikum auch niemals gelungen, in der Wasserwelt Fuß zu fassen, geschweige denn sie zu dominieren. Auch in der Kreidezeit hatte es zwar schon einige wasserbewohnende Vögel gegeben, doch spezialisierten sich diese erst im Paläozän ganz auf ein Leben im Meer. Die Pinguine sind heute die ersten echten Meeresdinosaurier und sie zeigen, Dinosaurier sind niemals ausgestorben. Noch heute haben sie einen oft unglaublich hohen Grad der Spezialisierung. Es gibt sie auf allen Kontinenten, sogar auf der Antarktis. Und mit mehr als 10.000 bis 11.000 Arten sind sie heute wahrscheinlich sogar artenreicher als jemals in irgendeiner Epoche des Mesozoikums. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt in die Kommentare, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.